Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 65.500 US-Dollar, wenig Veränderung. Unser Long-Trade wurde nicht abgeholt, weil ich das gestern schon in der Telegram-Gruppe dazu nochmal geschrieben habe. Gehen wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Aber es könnte sich möglicherweise heute im Laufe der nächsten Stunden auch nochmal eine neue Möglichkeit auftun. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen, aus dem wir werden einen Blick auf Ethereum werfen, auf Gold, auf den Euro-Chart und natürlich auch ein bisschen auf die US-Börsen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn ihr es nicht verpassen wollt bzw. alles aktuell halten wollt. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk-Gruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr immer alles ziemlich am schnellsten mit. Und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden und mich gleichzeitig noch ein bisschen unterstützen wollt mit dem kostenlosen Content, dann kann ich euch noch meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr alles handeln, also von Stocks, Forex und Krypto natürlich auch und Spotkäufe billig etc. könnt ihr dort alles machen. Den Link dazu findet ihr kostenlos auch unten in der Videobeschreibung natürlich. Und es gibt wieder ordentlich Boni momentan. So, jetzt aber rein in die Analyse. Ich würde sagen 65.500 US-Dollar. Das war so der letzte Stand auch vom Video am, heute ist Donnerstag, am Dienstag dann nochmal. Plan war ja eigentlich gewesen, ich habe hier auf eine Bullish Divergence gehofft. Das war hier, haben wir früh das Video gemacht am Golden Pocket. Diese Divergenz kam dann aber nicht, ganz im Gegenteil. Wir sind dann nochmal runtergefallen. Das wäre eigentlich der eigentliche Stop-Loss hier unten gewesen bei 64.700 US-Dollar. Wir hatten keine Divergenz, seht ihr hier selber. Wir hatten nochmal ein tieferes Tief im RSI, deswegen habe ich nicht diese Position eingegangen. Das habe ich dann auch hier nochmal in die Telegram-Gruppe reingeschrieben. Das war hier gestern früh der Post nochmal dazu. Daraufhin haben wir zumindest nochmal versucht, hier oben das Top bei 66.900 US-Dollar zu erreichen. Das war auch die 1-Stunden-Supply-Zone gleichzeitig. Wurden wir aber wieder zurückgewiesen und ging wieder jetzt deutlich nach unten. So, jetzt habe ich aber gesagt, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, um hier eine Long zu triggern. Und zwar wäre das genau eben dieses Tief hier unten. Wir haben jetzt diesen Wig hier drüben vom 24. März das erste Mal gefüllt, haben jetzt aber hier einen neuen hinterlassen. Das heißt, diese grüne Box hier könnte uns, sage ich mal, einen neuen Entry geben und gleichzeitig auch dazu die Möglichkeit, dass wir hier so einen kleinen doppelten Boden bilden und von hier aus dann zumindest mal den Bereich zwischen 68.100 und knapp 69.100 US-Dollar antesten. Warum diese Bereiche? Schauen wir uns das auch mal ganz kurz an. Einerseits ziehen wir uns das Fit-Level nach jetzigen Stand mit jetzigen Tief, würde es sehr, sehr gut passen hier mit dem Golden Pocket. Andererseits habe ich mir auch mal ein bisschen die Funding-Rates angeguckt und diese sind absolut wieder neutral. Wir sind momentan bei 65.500 US-Dollar. Wir haben absolut neutrale Funding-Rates. Natürlich muss man dazu sagen, die ETFs haben momentan leichtere Schwankungen. Das heißt, es kommen immer mal wieder negative Tage, es kommen aber auch wiederum positive Tage dazu, wo halt mehr gekauft wird oder mehr verkauft wird. Auf jeden Fall Grayscale Bitcoin Trust verkauft weiterhin ordentlich. Das sind so ein bisschen die Negativ-Faktoren. Aber gehen wir nur vom einerseits Open Interest, was ihr natürlich auch hier bei Coinglass nachgucken könnt, was auch absolut normal ist meiner Meinung nach wieder oder zumindest auf normalerem Niveau. Und dann auch noch die Funding-Rates, dann würde es sehr, sehr gut passen, dass wir jetzt hier erst einmal so einen kleinen doppelten Boden bilden. Auch hier könnte es sehr, sehr gut dazu passen, dass wir dann nochmal ein tieferes Tief bilden, minimal die Divergenz bilden und von hier aus dann mit einem doppelten Boden zumindest mal das 0,5er antesten. Das heißt, bei 68.100 US-Dollar, bestenfalls sogar das Golden Pocket hier oben bei 68.800 US-Dollar. Das wären jetzt so die kurzfristigen Ziele für uns. Das heißt, sollten wir hier runterkommen, wäre das auf jeden Fall eine Long-Option, außer wir schließen dann auch nochmal deutlich tiefer, dann nicht. Aber ansonsten so vom Weg her, würde ich jetzt sagen, sieht es sehr, sehr gut aus. Gehen wir mal noch auf einen 4-Stunden-Timeframe. Hier haben wir ebenfalls noch eine leichte Divergenz reinbekommen, aber auch viel, viel zu wenig, meines Erachtens nach. Das heißt, auch hier würde dann im 4-Stunden-Timeframe die gleiche Möglichkeit bestehen. Wir gehen hier nochmal runter, bilden hier ebenfalls eine Divergenz mit einem doppelten Boden und auch natürlich hier unten eine RSI-Divergenz und gehen dann mit einer Erholung nach oben. Wichtig ist, wir haben hier alles Mögliche erst einmal gefüllt. Nach unten hin natürlich haben wir immer noch, wenn wir jetzt mal noch ein bisschen tiefer zurückgehen, das heißt hier zwischen 60.000 und knapp 53.000 US-Dollar, haben wir immer noch sehr, sehr viele Vector-Candals natürlich hier drüben in diesem Bereich und natürlich sehr, sehr viele Anstiege, wo wahrscheinlich auch noch ordentlich Positionen liegen und auch sehr, sehr viel Bei-Volumen dazugekommen. Es kann sich natürlich auch um die ETFs halten, wissen wir nicht, weil wie gesagt, von den Funding-Rates sind wir absolut normal. Das heißt, für uns immer noch wichtig, jetzt machen wir im Laufe des heutigen Tages, doppelter Boden, ja, nein, Divergenz, ja, nein, trifft beides zu. Wäre das auf jeden Fall eine gute Long-Möglichkeit jetzt, um hier möglicherweise nochmal einen Aufschwung nach oben hinzunehmen, beziehungsweise das Tiefere hoch damit zu nehmen und gegebenenfalls dann hier oben nochmal zu shorten. Ansonsten wichtige Support-Level und auch mögliche Einkaufszonen liegen hier bei 61.700 und dann eben nochmal deutlich tiefer hier bei 52.000 bis 48.000 US-Dollar. Sparpläne laufen natürlich weiterhin, das wollte ich auch nochmal dazu sagen, weil das Thema gestern nochmal in der Telegram-Gruppe, in der Talk-Gruppe aufkam. Falls jemand Interesse hat, auch unten in der Videobeschreibung ist ein Link noch zu 21Bitcoin, da zahlt ihr 0,79% Gebühren mit eben dem Code Kryptomano, kann ich euch echt nur empfehlen. Ich kaufe da auch, wenn es um Euro geht, kaufe ich da. Wenn ihr USDT habt, könnt ihr auch über eine Börse kaufen, aber ich sage es nur, falls jemand Euro hat oder sowas. Die Sparpläne lasse ich natürlich weiterhin laufen. Es geht nur um Spot, also größere Käufe. Also da sind das eben genau diese Zonen, wo ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen werde. Beziehungsweise meine Verkäufe waren ja auch in diesem Bereich. Ich werde dann wahrscheinlich hier unten einfach wieder zukaufen. Eins von beiden. Schauen wir dann mal. Auf jeden Fall, Ethereum, hier sind wir noch nicht in dem Preisbereich, wo ich eigentlich hin wollte. Da habe ich mir erhofft, beziehungsweise haben wir am Montag darüber gesprochen, dass ich hier eigentlich nochmal runter möchte in diesem Preisbereich von 3.100 US-Dollar. Bis jetzt sind wir noch nicht dahin gekommen, wir haben noch keinen doppelten Boden und sowas. Gefällt mir nicht wirklich auch im 1-Stunden-Time-Frame. Das heißt für mich, momentan werde ich hier erstmal keine Position eingehen. Wir sind oben am Golden Pocket gefailt, also nicht mal das minimal erreicht, leider. Haben aber schon ein tieferes Hoch auf jeden Fall gebildet. Das heißt für mich wäre es sinnvoller, Long-Position erst hier unten zwischen 3.030 und 3.100 US-Dollar. Diese kleine Bewegung, da scheiße ich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen drauf. Dann lieber Fokus auf Bitcoin, anstatt jetzt hier bei Ethereum irgendwas reinzurennen. Was ich immer noch sehr, sehr komisch finde, ist für mich Thema Altcoin-Season. Wenn ich, ich schlendere ja auch ein bisschen auf YouTube, jeder postet irgendwie hier 4.000% bei diesen Coins, 3.000% bei diesen Coins und sowas. Wir haben keine Altcoin-Season. Und wenn es wirklich nochmal klatschen sollte, nur mal jetzt Bitcoin beispielsweise, wir gehen nochmal auf 50k, dann glaubt ihr doch nicht selber, dass die Altcoins jetzt in dieser Zeit 4.000% machen oder sowas. Nur mal so, kleiner Reminder, habt immer mal noch ein bisschen was beiseite. Altcoin-Season ist einfach nur nicht. Passt da ein bisschen auf, auch was ihr euch für Content reinzieht, beziehungsweise wenn da zu viel alle zwei Tage kommt, wisst ihr einfach, es ist Clickbait und sonst was. Also nur kleiner Reminder an euch, verzockt nicht euer Geld irgendwie nur, weil ihr jetzt versuchen müsst, auf biegen und brechende Altcoins einzusteigen. Wir haben genug Videos, guckt euch die Altcoin-Playlist an, die ist ein Jahr alt und wir haben jeden Boden getroffen. Also ja, nur mal so am Rande. Gehen wir rüber zu Gold. Gold hat mittlerweile so das Top erreicht, wo ich eigentlich hin wollte. Das heißt, hier wäre jetzt auf jeden Fall eine kleine Möglichkeit, Short zu gehen. Stop-Loss, oder beziehungsweise wir könnten hier auf jeden Fall Short gehen. Volumentechnisch sieht es auch sehr, sehr gut aus. Wir haben hier das Breakout nach oben hinbekommen. Das war ja dieses Ding, wo ich gesagt habe, okay, sollten wir hier die Bestätigung sehen, wird es auf jeden Fall weiter nach oben gehen. Ist jetzt auch passiert, wir sind auf 2300 US-Dollar gestiegen und somit auch den R1-Pi wird erst einmal abgeholt. Und das ist jetzt für mich eine kleine Chance, hier Short zu gehen. Das heißt, wir haben ja noch die Long-Position offen, geht mit 50% der Position Short. Stop-Loss, wenn wir jetzt hier gerade sind, bei dem Entry, würde ich auf jeden Fall bei 2350 US-Dollar legen. 2,25%, aber wie gesagt, wir haben eine Long-Position noch offen, die schon ewig läuft. Wir haben nur 50% der Positionsmargin und sollten wir hier hoch ballern, dann machen wir auch die Long-Position zu. Aber das wäre jetzt erst einmal so das Short-Setup. Ersten Take-Profit, zieht euch einfach mal kurz das FIP-Level. Könnt da, ja okay, ist ein bisschen kurz, 2280 finde ich ein bisschen kurz, aber ihr könnt hier zumindest schon mal die Position, denke ich mal, absichern. Ansonsten werde ich euch in der Telegram-Gruppe nochmal auf den Laufenden halten. Das jetzt erst einmal zur Gold-Short-Position. Euro gegenüber US-Dollar, muss ich euch ehrlicherweise sagen, könnte ich ein bisschen kotzen. Sorry für meine Ausdrucksweise oder ein bisschen, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Setup, könnt ihr euch noch daran erinnern, das war am Dienstag eben hier bei 1,072. Wir sind bis auf 1,072.50 gekommen. Wir haben weder die Ineffizienz gefüllt und das war ja so der Hauptankerpunkt, wo ich eigentlich hinwollte, diese blöde Ineffizienz hier noch zu füllen. Die hat sich der Markt nicht geholt. Der Markt hat sich gedacht, komm, wir schmeißen die Community hier mal raus, beziehungsweise pumpen hier mal nach oben. Aber dafür könnte uns jetzt heute im Laufe des Tages dafür was anderes bevorstehen. Und zwar könnten wir unsere Short-Position verdoppeln. Heißt, wir haben ja den Entry hier oben bei 1,094 ist ja momentan unser Entry. Das heißt, wir könnten hier die Position auf jeden Fall im Golden Pocket hier oben verdoppeln. Und dann haben wir hier wenigstens wieder ein bisschen Luft nach oben hin und könnten die Short-Position mitnehmen. Und in der Hoffnung, dass wir dann in den nächsten Tagen doch nochmal hier runtergehen in Richtung 1,071 und dann eine kleine Hedge aufmachen können und dann die Gegenbewegung mitnehmen können. Aber, wie gesagt, sollte nicht so sein. Das war jetzt echt knapp, dass wir hier nicht abgeholt werden. Kotzt mich auch ehrlich gesagt ein bisschen an, weil die Ineffizienz hätte sich eigentlich holen müssen in diesem Bereich. Außer haben wir unten noch den Pivot. Wir hatten, glaube ich, noch das Golden Pocket hier unten auch noch. Also die Überschneidungen da unten sind massiv. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir da vielleicht sogar nochmal in den nächsten Tagen hinkommen. Aber hier auf jeden Fall Golden Pocket 1,08588. Das ist die Verdopplungszone, beziehungsweise ein bisschen tiefer. 1,085 Euro könnt ihr einfach verdoppeln. Ja, Short-Position ist ja offen. So, dann noch last but not least rüber noch zum S&P 500. Hier, wie gesagt, hatten wir das Ziel unserer Bull Flag. Wer sich noch daran erinnern kann, wurde nicht erreicht. Nicht oder knapp nicht erreicht. Auch wenn wir hier eine Divergenz reinbekommen haben, war mir das ein bisschen zu wenig. Deswegen daraufhin erneuter Abverkauf. Wir sind jetzt unter unseren Trendkanal gefallen. Das heißt, die Short-Position momentan, die ich geplant habe, ist momentan nicht im Play. Ich hoffe, dass wir hier nochmal reinkommen in den Trendkanal. Ansonsten ist mir das Risiko, ehrlich gesagt, ein bisschen zu groß, hier irgendwie eine Short-Position reinzumachen. Die Ineffizienz wurde dafür jetzt hier gefüllt. Wir sind an den Pivot gekommen. Also die Chance, dass wir hier nochmal hochkommen, ist eigentlich durch diesen Hit einerseits von der Ineffizienz und durch diesen Pivot, den wir hier unten getestet haben und kein Close darunter hatten, sehr, sehr hoch. Deswegen, darauf müssen wir jetzt achten. Ansonsten ist die Short-Position erst einmal hinüber für uns hier. Aber gut, warten wir jetzt mal ab, was im Laufe des heutigen Tages noch so passiert. Ansonsten, wie gesagt, Finger weg vom Alt-Coins, mache ich momentan gar nichts. Keine Trades, keine Käufe momentan, außer Low-Caps. Wie gesagt, die RWA-Coins sind mir letzte Woche ordentlich durchgegangen. Und ansonsten würde ich sagen, war es von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.